Und herzlich willkommen zurück, liebe Stephans, hier bei einem neuen Video aus dem Subreddit. Über 14.000 Menschen sind schon dabei. Wir werden uns auch heute wieder die heißesten Memes der Woche angucken. Und ja, ich weiß, viele weinen bereits. Warum so spät? Warum zeigst du nicht mein Meme? Man muss auch manchmal sagen, manchmal beruht es auch einfach auf meiner Willkürlichkeit. Vorher möchte ich mich aber noch bedanken beim heutigen Partner des Videos, nämlich Taxfix. Ohne solche Kooperationen ist das Ganze hier nicht möglich. Und man kennt das vielleicht, man kommt in ein Alter, man verändert sich, der Körper verändert sich und man muss Sachen machen, die man vorher nicht machen musste. Zum Beispiel Steuererklärung. Und diese App hilft einem dabei, tatsächlich durch das ganze Ding durchzugucken, was sonst ziemlich viel Arbeit und Scheiße ist, das kann ich euch sagen. Man wird durch die App dann ganz einfach durchgeführt und hat in ungefähr 25 Minuten dann seine fertige Steuererklärung. Laut Statistischem Bundesamt kann sich jeder Arbeitnehmer und Student durchschnittlich 974 Euro zurückholen. Diese App hilft euch dabei, ohne euren Kopf komplett kaputt zu machen, indem ihr monatelang an diesen Steuern sitzen müsst. Falls ihr am Ende weniger als 50 Euro vom Finanzamt wiederbekommt, ist das Ganze sogar kostenlos. Link zu den Apps unten in der Videobeschreibung und deshalb nochmal vielen Dank an Taxfix für diese Unterstützung hier in diesem Video. Schnacken wir aber jetzt nicht weiter rum, kommen wir zu den wichtigsten Memes. Schauen wir mal, was uns heute erwartet. Faktencheck, Clangon vs. Julian Bam. Bettelt manchmal um Likes, ja. War schon mal in der Bam School, ja. Hat noch nie seine richtigen Steuererklärungen veröffentlicht. War das... What? War schon damals bekannt auf YouTube durch qualitativen Content, ja. Setzt sich für Robben ein, bewirbt dann aber eine Harpune. Nein. Ähm, um das Ganze mal mit einem Gesichtsausdruck zu kommunizieren, ich fühle mich ungefähr gerade so. Die Harpune ist, um Robbenjäger zu töten. So nämlich. Süße, kleine Robbenbabys und auch die ausgewachsenen Großen sind schützenswert. Und ich glaube, jeder, der eine Harpune hat, der weiß auch, wie man richtig damit umgeht, nämlich sie nicht gegen Robben einzusetzen. Area 51 raiden, um zu sehen, was drin ist? Nein. Kleine ganz Aufnahmezimmer raiden, um zu sehen, was mit Fred and Judge passiert. Die sind doch da. Ich habe sie doch letztens gezeigt. Ja, ich hoffe, dagegen wird keine Petition gestartet, ey. 300.000 Menschen würden hier auf jeden Fall nicht reinpassen. Außerdem muss man dazu sagen, Fred und Judge sind schon süßer als Aliens. Wobei, kommt aufs Alien an. Motz, Eifer Stefan, Stefans. Ich glaube, das muss man gar nicht weiter kommentieren. True. True. What? What? Warum? Warum? Ich möchte bitte weitere Ausführungen. Beide tragen eine Brille und habt ihr eigentlich schon mal beide im selben Raum gesehen. Oh mein Gott. Ach so, ich verstehe. Ja, weil die Memes unterdrückt werden. Ja, weiter. 24 Stunden Robbe. Oh Billy, I'm really proud of you. Ja, Grüße gehen auch raus an meinen FBI-Typen, der mir gerade zuguckt. Und wenn ihr das gerade guckt, müsste euer das ja auch sehen. Also, Grüße gehen auch an den. Manchmal lasse ich auf dem zweiten Monitor einfach extra die Robbe laufen. Dann freut er sich. Ich kann verstehen, warum dieses Subreddit auf einige etwas abschränkend wirken kann. Also, in diesem Meme bin ich ja das und ihr seid ja das. Aber ich versuche hier ja noch ein bisschen mehr reinzubringen. Nicht immer nur glatze Memes. Auch mal vielleicht lustige Sachen. Damit wir nicht so enden wie er. Wenn Klängern seine eigenen Juli-Junis hochwählt. Wow, danke, dass du das maximal beschissenste Bild von mir genommen hast. Hey, komm, ich kann da nichts für. Ja, das war die Website selber. Die macht das automatisch. Ja, ich fand sie auch witzig. Ich fühle mich leider etwas abtab dabei. Scheiße. Schnell weiter. Dieser Moment, wenn man bemerkt, dass Klängern immer noch kein Autobahnraser 1-4-Let's Play gemacht hat. I'm sorry. Vielleicht kommt's noch. Ich weiß, aber eher nicht. Wenn Klängern im Podcast sagt, dass Affen seine Lieblingstiere sind. Sad Robben-Nautis. Ja, aber man muss mir eigentlich recht geben, weil Affen schon ziemlich geil. Ich fand meine Erklärung auch ziemlich schlüssig. Also, sonst wären es auch nicht meine Lieblingstiere, aber es macht schon Sinn. Ich sehe es kommen, dass die Hälfte der Witze irgendwann nur noch aus Podcast-Witzen besteht. Ey, aber wenn ihr reinhören wollt, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Klängern und Heider Be Like. Wir nehmen einfach Brain Pain und schieben es woanders hin. Ja, das war eigentlich unser Gedanke dabei. Ey, aber vielen Dank an alle, die zugehört haben. Es wird auf jeden Fall noch was dazu gesagt im nächsten Podcast. Also, in der nächsten Podcast-Folge. Aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal für den krassen Support dabei. Genauere Zahlen dazu im Podcast, aber es war schon krass. Dankeschön. Danke. Klängern, wenn er auf den Deutschen Computerspielepreis reagiert. Klängern, wenn er auf TikTok-Cringe reagiert. Klängern, wenn er auf die Hype-Awards reagiert. Starkes Meme, hätte gutes Zukunftspotenzial gehabt. Ich hatte auch schon überlegt, ein Video dazu zu machen. Es war auch schon halbfertig. Aber irgendwie habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Auch weil so viele Leute schon was dazu gemacht haben. Und ich eigentlich nichts Neues mehr hätte dazu sagen können. Schade. Leider, leider war ich ein bisschen zu spät dran. Aber nach einer Woche juckt das auch eh keinen mehr. Und dann braucht man auch kein Video mehr dazu machen, wenn die ganzen Witze schon gemacht wurden. Ich werde langsam. Es sind fast schon Herr Newstimesche Verhältnisse hier. Ja, und mit diesem Meme, in dem ich das Tattoo von 6ix9ine aus der Bravo, die leider nicht mehr hier sind und im Müll liegt, im Gesicht habe, verabschiede ich mich von dieser Folge. Alter, das ist auch echt genug Internet für heute. Und es war eine weise Entscheidung, die Bravo in den Müll zu werfen. Wie immer gilt, wenn ihr ebenfalls Memes im Subreddit posten wollt, Link dazu ist wirklich unten in der Beschreibung. Braucht ihr nicht nachgucken. Also außer ihr wollt da draufgehen, dann schon. Vielen Dank nochmal an TextFix für die Unterstützung in diesem Video. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Vergesst nicht zu abonnieren. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.